Achtung, da hat sich... Ja, hast'n abgeschossen, ist runtergefallen. Von drüben kommt auch einer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars, heute auf dem Revi-Server. Mit dabei ist Apple Peace. Ja, hallo. Und wir spielen die Map Jurassic World, geh' ich mal davon aus. Ja, die spiel' mal. Ja, es ist Jurassic World. Ich hab' die Map noch nie gespielt, Apple Peace auch nicht und deshalb, wenn wir jetzt erst mal die Map erkunden, bevor wir dann in die Mitte ziehen, geh' ich zumindest mal davon aus. Ja, würd' ich auch mal. Zumindest erstmal die Eisenquelle suchen. Hm, wie sieht's von cool aus. Hey, jetzt hat er mir das Eisen aus'm Ei geklaut. Ich bin auch gar nicht dort. Ich erquick' mich erstmal. Ah, jetzt hab' ich drei. Bring dir ein bisschen Eisen mit. Ja, wenn nicht verkehrt. Ja, sieben Bahnen, wenn reichen. Spinnenweben. Hab' ich noch nix sehen, dass ein Bett mit Spinnenweben eingebaut wird. Ich glaub' auch nicht, dass es was bringt. Jetzt kannst du mit dem Schwert ja schnell abbauen. Nein. Und ich bin runtergefahren. Also von unten City... Oh, scheiße, jetzt hab' ich ein schwer zu viel gemacht, naja. Also von unten City Map schon mal auch ganz cool aus. Das ist ein bisschen, da. Darf' ich mal stellen. Ja, ich muss... Danke. Ja. Jetzt renn' ich gegen die Wand. Halt' ich schäte. Bin ja gar nicht auf der Kran. Nehme jetzt noch ein paar Blöcke und dann geh' ich mal... Richtung Mitte. Ja, ich komm' mit. Hey, ich hab' einen. Hey, wieso hab' ich zwei pro Sponsor? Hast eins anscheinend zu viel gekauft. Ja, den verschenke ich, Bernd. Welches Team sind wir? Garantiert nicht gelb. Ähm... Grün. Glaube. Weil er kam grad'n... Ja, wir sind grün. Zumindest deine Schrift grün. Ja, dein Name halt. Ja. Und ich geh' wieder weg von der Mitte. Verstand'n's. Oha, Pink. Ich brauch' doch nur vier Gold. Ach, bist du? Jetzt hab' ich schon gedacht. Ich geh' wenn ich ehrlich bin. Ich geh' gerne in die Mitte. Vor allem nicht, wenn das so'n Loch ist. Ja, das sieht man gar nicht von... Ah. Scheiße. Ich bin tot. Oder ich weiß nicht. für mich hab' ich zugebaut. Jetzt hab' ich gedacht, der bat mich in dem Ei ein. Das wär' noch mal ein Grab gewesen. Ich hab' ein Gold. Also, die haben das Bett jetzt schon ganz schön zugebaut, muss ich sagen. Was mach' ich denn noch mit dem Eisen? Das ist das Essen ja nicht schlecht. Ach, das schmeißt. Halt! Mach' nicht Ruhe. Für Allgemeinheit. Äh, muss nicht Ruhe da. Achtung! Da kommt jemand. Kommt jemand? Ja, rot. Ja, rot. Ich hab' nur keine Blöcke. Ich kann mir jetzt drunter stoßen, weil ich nicht oben auch wieder draufkomm. Ja. Och, was bauen die denn auch so'n Scheiße bringen uns hier... Wir laufen nur zum Kopf raus und verlieren die Hälfte an Herzen bald. Oh, also Eisen haben wir jetzt genug. Ich geh' mal hier in den Tunnel, da kann ich nicht runterfallen, wenn ich ihn umbringe. Nein. Weil meine größte Schwäche ist, ist ja immer noch das. Ich bin dort. Und ich hab' grad so... Ich hab' sechsmal Eisen, also wenn du Eisen willst oder brauchst. Ja, ich glaub' ich komm' auch mal... Das sind welche? Scheiße. Scheiße. Ich hab' sieben Eisen. Scheiße. Bad frackt und ich bin nicht equipped. Wir kommen, Klopp. Oh, es hat einer ein Schwert in meine Kiste gelegt und mein Eisen ist noch da, das ist gut. Also... Halte Spitzhacke wär' nicht verkehrt. Ja. Ein Heiltrank kostet wahrscheinlich viel. Ich brauch' keinen Heiltrank. Ich brauch' keinen Heiltrank. Zau mal so... Zams ist so und schon einen Tunnel gebaut. Dann hat er auch nichts gebracht. Ich glaub' den haben selbst danach gebaut, oder? Ne, der war schon. Aussicht schon wieder so viel Eisen, da. Ah, dann machen wir noch gleich mal ein besseres Schwert. Jetzt hätte ich genug Bronze, jetzt hätte ich das Bett einbauen können. Ach, du bist da noch da? Ich dachte, du bist in die Mitte. Nö. Ja, ich war' ich. Wo dann... Scheiße. Ein Eisen zu wenig. Ist aber auch kein Eisen mit Darm. Was kann ich mir noch kaufen mit Bronze? Spinnennetze. Die werden vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Was kann man noch kaufen mit Bronze? Ja. Ja, essen. Essen. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben noch da ein ganzes Kuchenbuffet, oder? Wurde es abgebaut? Ne, steht noch. Oh. Äh, ich hab' 15 Eisen. Das geht doch wohl für ein Schwert lang? Ja. Da. Tamp. Heilung 2. Ne. Falsch hier. TNT. 10 Eisen, jetzt hab' ich 1 Eisen zu wenig, sonst kann ich mich nübertier. und naja egal ich habe gekostet zum Porta Teleport zehn Eisen zehn Eiserweißen in die Truhe waren und haben bisschen auf ja das mache ich gerade bei mir auch wenn jetzt einer kommt es immer gearscht weißt du was ich jetzt immer machen wer was nicht ja ich baue jetzt die vier bis hin zu dass man ein bisschen mehr schutz haben sondern durch die Tür durch die Tür kann m ich glaube ich auch besser dann muss er durch ich merke wir sind die einzigen grünen noch ja die anderen wurden von alle getötet ja leider können wir machen was man auf dem Weg ja brauchst du noch 1 ich hab 22 in Teleport also für jährlichen Teleporter ja dann brauche ich mich lieber ja ja neben dem Porta kannst du dich nur zu deiner Base Porten ich weiß ich habe immer gedacht zu den anderen auch ich hatte es noch nie ja bei Gomme gibt es auch sowas spielt etwas eigentlich seltener Gomme ich finde hier die Dealer viel besser ja die Dealer sind hier echt viel besser ich kann mir den Bronzer auch sammeln gar nicht nach ich kann mir den Bronzer auch sammeln gar nicht nach ja weißt du auch wie schnell das ist soll ich mal probieren in die Mitte zu gehen und dann ein Gold zu holen ich hab dann 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 ich hab da der Teleporter hä? wo ist er denn jetzt? in dein Inventar schlimm das welches bett wird rot also bis jetzt ist nur lila in der mittel ein einzigen und der hat hier rüstung an also pfeil und bogen werden ja jetzt ja aber ja im krieg gold so man nicht verdient ich halte meinen mit jetzt habe ich keine blöcke da kommt er haben getötet was so ja der ist direkt hinter dir her gerannt deshalb bin ich ja weggerannt weil er da schon kam ein blöcke lockt er wieder heißen jetzt nicht mehr ich habe wieder heißen ich probiere jetzt mal in die mitte zu gehen wir haben ja genug eisen und so dazu wir können uns jederzeit wieder neues zeug machen ja der hat sich vorhin darauf oben drüber gebaute da ist gewundert da bin ich fast runter gefallen muss mehr aufpassen ich weiß nicht soll ich einfach so in den kampf rein oder da ist gerade einer in der mitte von team gelb und für einer von team lila die bekämpfen sich gerade jetzt wenn ich war mal eine richtung team gelb ich habe so eine kleine dinge so was wie eine falle gibt naja falle wissen ob man es so nennen kann aber wenn er halt welche über die brücke kann kommen kann man die von der seite runter schmeißen aber ich habe ihn getötet du musst ich schon in der mitte zurück das ist mir zu riskant ich habe fünf gold ich will jetzt nicht noch getötet werden ich mache jetzt ganz vorsichtig heißen habe ich auch warte mal für fünf gold kriegt man auch nur einen bogen oder und ein pfeil also ich war auch mal wieder in der mitte habe gold gold hast du auch gold ja fünf stück ach weißt du was wir haben genug eisen ich mache jetzt einfach eine kiste noch ich habe noch ein gold ich würde was sagt hier legende hast du noch ein gold ein gold habe ich ja das gibt mir machen dann noch mal eine privatschess und dann können die anderen darauf zugreifen oder es ist noch eine ender chess das heißt du kannst da in der mitte drauf zugreifen ist in der mitte eine nee aber du kannst eine kaufen allerdings glaube ich die anderen haben dann auch zugriff als auch ihre dann also geht es in die mitte und schießen paar leute ab ja und ich hoffe ich mache es nicht auf uns aufmerksam ist dann plötzlich alle hergerannt kommen aber beide bekriegen sich gerade untereinander ja soviel dazu ja soviel dazu ja ach du stehst neben mir ja 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 das ist so schlecht scheiße scheiße ich wurde auch getroffen nein jetzt bin ich fast runtergefallen ich bin tot oh er hat mich umgebracht ich noch nicht warte mal wo bist du so ein scheiß auch jetzt kann ich nicht fliegen weil wir in den scheiß Tunnel sind gelb ist böse warte mal ich kann ich aber warnen wenn einer kommt als falsche Richtung ja warn mich am besten ich weiß nicht was ich noch macht soll ich kenne noch ein paar das ist jetzt scheiße aber die map ist schon irgendwie geil die T-Rex das sieht nur so komisch aus also Team Gelb hat alles zugebaut da rechts und links ich hole mir mal ein paar Heilungstränke das sieht aus als würde der so mit Feuer zusammen so einen Schneeball ausspucken der T-Rex und da rennen lauter kleine Wichtel drauf rum ja es hat auch noch die perfekte Farbe ja bei uns bei uns auch wir sahen am Anfang auch voll witzig aus weil du da bei jedem nur so eine ein ein Streifen so gesehen hast da kommt einer von oben ja da oben ist er hast du schon gesehen oder Achtung der schießt sich noch ab ich hätte mich nicht da hoch gebaut dann kann ich ihn besser treffen welchem Team ist denn der gelb oh gelb ist gefährlich oh das ist nur noch Team Gelb und du ja natürlich gehen die dann auf mich ja das erklärt einiges es sind aber sieben Leute ich sehe aber nur einen da in der Mitte rennen noch ein paar rum jetzt kommt noch einer ich glaube da kommt noch einer ja da kommt noch einer jetzt kommen sie alle ne klasse ich glaub dich gibt's nicht mehr lang jetzt kommen sie unten die rennen unten durch sind jetzt beim Ei oder beim Schneeball die werden sich gleich hoch bauen ne die rennen bei uns ne doch die bauen sich hoch die bauen sich hoch die bauen sich hoch man sieht mal meinen Namen noch ähm warte mal ich sehe es nicht bin zu weit weg ja sieht man und da ist schon einer da ist schon einer aber ich glaube der sieht dich nicht oder er macht irgendwas im Inventar jetzt kommt noch einer es sind jetzt vier Stück auf dem T-Rex und sie kommen auf dich zu gerannt ah der hatte ich glaube ich gefunden der kommt der kommt der kommt der kommt der da ja Achtung es kommt noch einer es kommt noch einer der rennt momentan noch oben drauf rum ah Ah jetzt kommt noch einer jetzt sind schon zwei wo da oben rum rennen und versuchen irgendwie runter zu kommen und der dritte kommt auch schon von drüben ist einer kommen Achtung der hat sich ja hast du abgeschossen ist runtergefallen von drüben kommt auch einer also das war's für heute bis zum nächsten mal